Hallo zusammen. In meinem letzten Video habe ich am Anfang so getan, als würde ich diese Corona-Teststäbchen von den Schnelltests untersuchen, darauf schwarze Fäden finden und habe das dann aufgelöst, dass ich es nur gestellt hatte. Und die Lehre war eben, dass man nicht gleich Videos verbreiten soll, nur weil sie dem eigenen Weltbild entsprechen, weil diese schwarzen Fäden irgendwelche Parasiten wären oder Nanobots oder irgendwas, das uns vergiften soll, Morgelons, die psychische Krankheiten auslösen, etc. pp. Es gab sehr viele Reaktionen auf dieses Video. Es hat jetzt wie viele? 56.000 Aufrufe, was erheblich mehr ist, als meine eigentlichen Videos so haben. 2.000 bis 4.000 Aufrufe haben meine meisten Videos. Das heißt, die allermeisten, die dieses Video gesehen haben, sind nicht meine üblichen Zuschauer, sondern sie kamen in diesem Fall über die Suchfunktion. Lauter Leute, die mich also nicht kennen. Es gab eine Reihe verschiedenster Reaktionen. Ich würde auf einige und oft viele Kritik, möchte ich gleich eingehen. Aber zuvor, es gab das, was natürlich passieren musste. Hier in TikTok hat ein Kanal, der sich als ein Corona-Aufklärungskanal bezeichnet. Keine Fake News, sagt er in seiner eigenen Beschreibung. Da hat er einfach den Ausschnitt, in dem ich so tue, als würde ich das Fädchen entdecken auf dem Schnelltest, hat er rausgeschnitten und selber als Beweis gezeigt, wieso reagiert er auf Körperwärme. Ich hatte er so ein bisschen draufgepustet. Wieso ist das in einer sterilen Verpackung drin und so weiter. Hat er ausgeschnitten, hat er reingetan. Höchstwahrscheinlich mit böswilliger Absicht. Ja, da kann man schon von böswilliger Absicht sprechen. Da ich das ja aufgelöst habe, ist also unwahrscheinlich, dass er nur diesen Teil geguckt hat und das dann gleich ausgeschnitten hat. Hat auch tausende Kommentare, aber auch in den Kommentaren haben ihn darauf Leute schon hingewiesen. Also so etwas passiert und man kann auch darüber reden, hätte ich das nicht vorher wissen können, dass das passiert in diesem Format, in dem ich das Video gemacht habe. Und ja, ich hätte das wissen können oder wenigstens erahnen können, dass das passieren könnte. In diesem Fall finde ich es aber nicht so schlimm, da er darauf aufmerksam gemacht hat. Und es gab ja schon Millionen andere Videos, die tatsächlich diese Panikmache betrieben haben. Ich sehe da also kein prinzipielles Problem. Es gibt andere berechtigtere Kritiken, auf die wir gleich eingehen werden. So, dann hattet ihr sehr viele Kommentare zu dem Video, was ich alles schlecht gemacht habe. Zunächst einmal, was sollte dieses Video überhaupt? Worum ging es mir, als ich das vorgestern Nacht aufgenommen habe? Es ging mir nicht darum, Achtung, es ging mir nicht darum zu beweisen, dass es keine von diesen Teststäbchen mit schwarzen Fäden gäbe. Rein logisch. Natürlich nicht, ich habe ja nur ein einzelnes untersucht. Wie sollte ich also jetzt, ich habe nicht mal irgendeine Stichprobe gemacht. Ich habe ja keine Hunderten untersucht. Es ging mir auch nicht darum zu beweisen, dass die anderen Videos alle gefälscht waren. Nein, auch nicht. Nur weil man etwas fälschen kann, heißt es nicht, dass alles entsprechend gefälscht sein muss. Auch klar. Es ging mir auch nicht darum, dass diese Fäden nur irgendwelche Textilfasern von Pullovern oder von der Umgebung wären. Und dass das keine Parasiten sein könnten. Doch, könnten Parasiten sein. Hat jedenfalls mein Video nicht bewiesen. Oder dass das Nanobots wären. Oder diese sogenannten Morgellons, die es nicht gibt. Also das ist so eine psychische Krankheit, dass Leute denken, dass unter ihrer Haut Fäden wären. Kennt man heute als psychische Krankheit an. Auch das hat dieses Video nicht bewiesen. Dieses Video hat nur eine einzige Sache bewiesen. Nämlich, oder ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, ich wollte es nicht beweisen. Dass man nicht einfach so ein billiges Video sofort als Beweis nimmt, als Panikmacher nimmt, als Anlass nimmt, es zu teilen und zu sagen, Leute, auf keinen Fall, schaut mal, das sind vergiftet, die wollen uns vergiften mit Parasiten, die Teststäbchen sollen uns töten und so weiter. Dass man genau das nicht tun sollte. Aus dem einfachen Grund, weil es für dieses Video auch andere Erklärungen gäbe. Sehr einfache Erklärungen. Naheliegende Erklärungen, auf die man als Zuschauer auch kommen kann und kommen muss, meiner Meinung nach. In diesem Fall war die Erklärung bei mir, dass es eine Fälschung war. Was heißt eine Fälschung? Es war eine Stellung. Ich habe es ja ausführlich erklärt danach. Ach, das ist nicht die einzige Erklärung natürlich, die es gibt. Es kann auch sein, dass das dadurch kommt, dass man selber nicht wirklich eine sterile Umgebung hat, ehrlich gesagt. Wenn man da hantiert, weder mit sich selbst als auch mit dem Mikroskop. Und dass man aus Versehen die Fasern hinzugefügt hat, wenn man das Teil geöffnet hat. Oder es war schon tatsächlich von Anfang an in dieser Verpackung drin. Selbst dann, vielleicht waren das ja schwarze Textilfasern statt weiße Textilfasern. Wäre auch kein Riesenproblem, wenn da schwarze Textilfasern drin ist. Ändert auch nichts an der Sterilität. Aber klar, Parasiten oder Nanobots oder Morgallons sind auch eine mögliche Erklärung. Aber vielleicht nicht die erste, an die man denken sollte. Und das ist genau das Problem, wenn man sich etwas wünscht. Wenn man mag, wenn man das gerne hört, dass diese Theorie gibt. Oh, die wollen es vergiften mit Teststäbchen. Dann glaube ich natürlich sofort, dass das Parasiten sein müssen oder dergleichen. Und nicht, dass es vielleicht schwarze Textilfasern sind oder Staub ist oder irgendwas harmloses ist. Das kommt mir dann gar nicht in den Sinn. So, das war der Sinn des Videos. Und das wurde leider stärker bewiesen, als ich dachte. In euren Kommentaren, das sind hunderte Kommentare gewesen, gehen mehrere darauf ein, dass sie sagen, ich habe ein paar Minuten geguckt und dann habe ich es sofort geteilt und stand dann als der letzte Depp unter meinen Freunden da. Ich hoffe, das ist eine ganz gute Lehre. In einem Fall war es sehr unangenehm. Da hat jemand geschrieben, ich habe die ersten paar Minuten geguckt und ich fand das sehr gut gemacht. Und dann habe ich gleich den Lehrern meiner Kinder in der Grundschule, habe ich dann geschrieben, eine lange Mail formuliert, meine Sorge ausgedrückt über den Schnelltest und dann das Video verlinkt. Und dann stand ich natürlich wirklich als der letzte Idiot da. Das tut mir leid, das sollte nicht passieren. Aber es sollte eine Lehre sein. Aber Achtung, die Lehre ist nicht, man sollte das Video zu Ende gucken. Indem ich es auflöse. Ja, natürlich sollte man ein Video zu Ende gucken, wenn man es in so wichtigen Fragen wie der Kommunikation mit den Lehrern des eigenen Kindes verwendet. Aber auch, wenn man es einfach in der Gruppe postet. Ja, schaut das Video zu Ende. War auch ein kurzes Video. Aber das ist nicht die Lehre. Was ist, wenn ich das Video nicht aufgelöst hätte, sondern nur den ersten Teil gepostet hätte? Ich mache so etwas nicht, wisst ihr. Aber es gibt ja etliche Millionen, Millionen nicht, aber tausende andere Kanäle, die lauter Fake-Sachen verbreiten oder die, sagen wir mal, alarmistische Sachen mit vorschnellen Schlüssen verbreiten. Die haben gar keine Auflösung. Die haben gar keinen zweiten Teil. Trotzdem, selbst wenn man die komplett geguckt hat, sollte man es eben nicht sofort verbreiten. So, viele sagen, wie gesagt, ich habe nichts bewiesen damit, ich habe nichts widerlegt. Ja, stimmt, aber das war auch nicht die Absicht. Du hast nur gezeigt, was wir alle wissen. Nämlich, dass man Bildaufnahmen niemals trauen kann und darf. Schreibt digitaler Flüchtling. Und hat er auch mit Recht. Man darf dem nicht einfach so trauen. Vor allem, wenn man ihm trauen möchte nicht. Womit er nicht recht hat, ist, du hast nur gezeigt, was wir alle wissen. Nee, wissen wir eben nicht alle. Das ist ja der Punkt für diese ständigen Internet-Hypes. So, viele haben geschrieben, du hast es nur hundertfach, mach doch lieber tausendfach Vergrößerung, dann wirst du alles sehen. Habe ich übrigens auch gemacht. Und ja, bei tausendfacher Vergrößerung kann man zum Beispiel bei Masken durchaus schwarze Textilfasern darunter sehen. Stimmt. Manche schreiben, du brauchst gar nicht Vergrößerung, kannst sogar mit dem Handy Zoom machen. Ist also nicht ganz verträglich mit der ersten Aussage, dass man es tausendfach braucht. Einer schreibt, ich habe gehört, es sind Nasenhaare. Die Stäbchen wurden vor dem Verpacken natürlich getestet. Okay, das ist ein ganz guter Kommentar, sage ich mal. Dann sagen ziemlich viele, wer weiß schon, was das ist. Das könnte alles Mögliche sein. Das ist auch ein guter Kommentar. Dann haben mir sehr viele wieder mal vorgeworfen, dass ich bezahlt würde. Und zwar von Jens Spahn, von der Regierung und dann auch noch von Lauterbach. Ne, dem ist nicht so, denn natürlich, die hätten mich für das Video bezahlt, klar, aber dann haben sie gesehen in meinen anderen Videos und die Kommentare durchgeschaut und da haben die Kommentatoren ja schon erklärt, dass ich von Iran bezahlt werde, dass ich von der Türkei bezahlt werde, von Russland, von China, von der AfD, von den Feinden der AfD, von den Linksgrünen und so weiter. Also es kommt schon genug Cash rein, da brauche ich gar nicht mehr das Geld von Spahn, von all den Leuten, die mich bezahlen. Ja, wie erklärst du dir das? Bei mir sind ganz viele drin, bei mir sind viele drin, bei mir sind viele drin. Es gibt, wie gesagt, viele verschiedene Erklärungen. Sehr einfache Erklärung, naheliegende Erklärung. Die allerschlechteste Erklärung ist, dass es sich um Parasiten oder irgendwelche absichtlich hinzugefügte organisches Material gibt, mit dem wir angegriffen werden sollen. Ich sage nicht, dass das unmöglich ist. Ich sage nur, es ist die schlechteste Erklärung, für die man sehr viel bessere Hinweise braucht, als schwarze Fäden unter dem Mikroskop. Ja, da braucht man wirklich gute Hinweise. Kann es sein, dass unter Milliarden Masken und Milliarden Teststäbchen tatsächlich einige verunreinigt sind mit Parasiten? Ja, kann sein. Vielleicht ist das sogar wahrscheinlich, das anzunehmen, dass das vorkommt. Aber diese Idee, was soll das bringen? Was ist der Plan dahinter? Das muss man sich immer fragen und es geht immer darum, die Teststäbchen sollen uns alle töten. Aber vergesst nicht, die Impfung sollte uns schon alle töten und die Impfung sollte uns auch schon Chips implantieren. Und all diese Trends, die wir nacheinander haben, ich sage nicht, dass das falsch, ich sage nicht, dass die Impfung sicher ist, nichts von all dem, aber diese Trends, die wir nacheinander haben, die dürfen wir nicht so einfach auf den Leinen gehen. Die treiben wir einmal durchs Dorf und dann morgen schon kommt das Nächste. Das ist ja das Ärgerliche. Morgen schon kommt was Nächstes, was Neues und wieder wird man es sofort glauben, weil es ein paar Videos dazu gibt. Und das ist ärgerlich und das sollte nicht passieren. Und ich hoffe, dieses Video und die Diskussion dazu ist eine kleine Lehre dazu. So, dann gab es noch viele andere Kommentatoren, die alle möglichen Dinge geschrieben haben. Dass das auch von Bill Gates ist, schreibt hier einer. Und die Fäden befinden sich immer an der Spitze, damit sie an die Blut-Hirn-Schranke kommen. Und alle möglichen verwirrenden Kommentare, sage ich mal. Und das ist bei meinen Videos normalerweise nicht so. Und jetzt kommen wir zu einem berechtigten Kritik. Dieses Video hat 50.000 Aufruf gehabt. Erheblich mehr als sonst. Lauter Zuschauer, wie ich schon sagte, die nicht meine anderen Videos gesehen haben. Und jetzt hat jemand korrekt oder sagen wir mal berechtigt vielleicht, kritisiert zu sagen, du musst alle deine Videos so machen, dass sie theoretisch vor einem Millionenpublikum 100% funktionieren für die gesamte Zuschauerschaft. Es war sehr interessant bei diesem Video. Als ich es hochgeladen habe, war diese Zustimmungsrate, also Daumen hoch zu Daumen runter, war relativ hoch. Die war zwar geringer als sonst, ehrlich gesagt, aber immer noch hoch. Bei 95%, 93%, 90%, 85% sank dann mit der Zeit ein bisschen. So, was da passiert, das haben einfach meine Zuschauer geguckt, die im Telegram-Kanal sind, dort das sofort mitbekommen haben oder meine häufigen Zuschauer, so dass YouTube denen das direkt gezeigt hat, als ich es hochgeladen habe. Und die wissen, was das Video soll, wie das alles funktioniert, die kennen mich und die haben das meistens positiv bewertet. Dann aber sank die Zustimmungsrate rapide, weil ich in der Suchfunktion ganz oben kam. Auch jetzt noch wird das Video irgendwie tausendmal in einer Stunde geschaut und die Zustimmungsrate sank runter und lauter Profile mit QAnon und mit Donald Trump und Anti-Hillary und Epstein und lauter diese QAnon-Welt, die es immer noch gibt. Die haben ganz viel kommentiert und ganz viele Daumen flogen runter. Immer noch die absolute Mehrheit hoch. 1.500 Daumen hoch aktuell. 760 runter. Also immer noch ein eindeutiges Verhältnis, aber schon sehr schlechtes Verhältnis. So. Ja, und jetzt kommt diese Kritik. So, erster Punkt. Ich kann nicht wissen, welches Video viral geht. Also viral für die Verhältnisse meines kleinen Kanals. Ich kann nicht wissen, welches Video zehntausende Views erhält. Manche sagen von euch vielleicht, ja, war doch klar, dass dieses Video zehntausende Views erhält. Nein, war nicht klar. Das ist nur ein Irrtum, eine Illusion, die man im Hinterher hat, nachdem man es gesehen hat und nachdem alle Zeichen ja dafür sprachen. Ich habe ganz ehrlich viele Videos, bei denen ich dachte, oh, das wird bestimmt 20.000, 30.000 Aufrufe bekommen. Und dann war es total unterdurchschnittlich unter meinen anderen Videos. Ich hatte einige Videos, vor allem eins, da habe ich gedacht, hm, das ist ein aktuelles Thema, vielleicht könnte ich ja 5.000 Views bekommen. Bekommen habe ich dann 500.000. Ja, das war zum Matheabitur. Man kann die Viewzahlen absolut in YouTube nicht vorhersagen. Ich kann nicht sagen, schauen das nur meine üblichen Zuschauer oder schaut das plötzlich die ganze Welt, schauen das nur QAnon und Trump-Anhänger oder welche Leute werden das hauptsächlich schauen. Kann ich im Voraus nicht wissen. Gut, und dann kommt die Kritik und sagt, ja, du musst eben, weil du das nicht wissen kannst und das stimmt, könnt ihr alle YouTuber fragen, du musst eben alle deine Videos so machen, dass das für jede Zielgruppe, selbst wenn es nur eine Zielgruppe ist, die das vermehrt schaut, wie in diesem Fall, für alle Zielgruppen und für Millionen Menschen immer perfekt funktioniert. Sodass nicht Leute sich auf den Schlips getreten fühlen oder eben sauer werden oder dergleichen oder etwas missverstehen. Das kann man vielleicht bei einigen Themen so machen. Da muss man sich sehr einschränken, muss man sehr vorsichtige Videos machen. Und das möchte ich eigentlich nicht tun. Ich möchte nicht alle meine Videos immer vom Millionenpublikum gedanklich halten müssen, was auch noch aus einer bestimmten Ecke kommt, weil es ja sein könnte, dass meine Videos, die normalerweise 2.000, 3.000, 4.000 Views bekommen, vielleicht 10.000 Views bekommen. Darüber über diesen Punkt kann man streiten, wie man die machen sollte. Sollte man jedes Video mal so ausrichten oder nicht. Das ist ein entscheidender, interessanter Punkt, den ich zugebe. Aber nochmal, der Sinn dieses Videos wurde leider in den Kommentaren ziemlich eindeutig bewiesen. Und ich hoffe aber, dass ich jetzt die Details dazu aufklären konnte und wir zu wichtigeren Themen übergehen können. Nämlich zu Themen, die vor allem von alternativen Kanälen, wie meinem, politisch besprochen werden, im Mainstream nicht besprochen werden und durch solche Themen, wie diese Fäden, diskreditiert werden. Weil, was sagt der Zuschauer dann? So der Otto-Normal-Zuschauer, nicht der QAnon-Trump-Mensch, der sagt, ach Mensch, diese Alternativkanäle wie hier Aktuarium oder wie andere, das sind so Leute, die machen so Verschwörungen mit irgendwelchen Fäden oder psychisch krankmachenden Würmern in den Teststäbchen. Den glaube ich nicht. Egal, was sie sagen, stimmt nicht. Ich glaube nur dem, was im Mainstream ist. Denn nur, was im Mainstream ist, also in unseren großen Milliardärsverlagen und im öffentlich-rechtlichen, nur das ist die Wahrheit. Und diesen Eindruck kann man ja vielleicht sich auch als Vereinfachung relativ schnell holen durch solche Leute, die das was verbreiten, was manche auch interpretieren als eine Strategie von einigen Thinktanks, solche Videos zu verbreiten, um eben Misstrauen im Hinblick auf ganz gewisse Medien zu schüren. Beispielsweise habe ich ein Video gemacht, da habe ich euch erklärt, wie die Apotheker mit Abermillionen gesponsert wurden vom Staat bei dieser Aktion mit den Masken-Gutscheinen. und das haben auch viele von euch geschaut, aber Mainstream-Medien haben es überhaupt nicht erwähnt. Acht Wochen später haben sie es zu einem großen Thema gemacht. Und dann war es plötzlich die Wahrheit und plötzlich ein Thema. Das ist eine üble Sache. Ein anderes solches Thema gibt es ebenfalls. Es hat mit Corona auch zu tun, indirekt. Es geht wieder um viel Geld, aber in eine ganz andere Richtung. Und das Thema werden wir im nächsten Video besprechen, insofern nichts akutes, tagespolitisches dazwischenkommt. Auch ein sehr wichtiges Thema. Freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao.